So, mein Kleiner. Und jetzt bist du angekommen. Nicht fürchten, nicht fürchten. Komm, lauf. Raus mit dir. Ich bin der Herr Igel. Ich bin gefunden worden im dritten Bezirk in der Marokkaner Gasse. Und jetzt bin ich im Stadtpark. Ich weiß auch nicht genau, was ich jetzt als nächstes mache. Ich glaube, ich laufe davon. Mhm. Davon laufen ist eine gute Idee. Und ich bin schon unterwegs. Und ganz schnell bin ich unterwegs. Hoppelti poppelti poppelt. Nicht stehen bleiben. Ich bin ganz warm unterwegs. Ganz, ganz flott bin ich unterwegs. Hopp, hopp. Nein, ich bleib nicht stehen. Ich laufe in einem Busch und verstecke mich dort. Drüben ist ein Busch. Links. Weiter links rüber. Mal gucken. 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 Mal